Hallo Flirt Profi, was geht ab? Der Sebi hier und in diesem Video geht es um dich. Und zwar nochmal ein bisschen mehr als es sonst immer um dich geht. Denn in diesem Video möchten wir dir die Möglichkeit geben, dein Gesicht bei uns auf den Kanal zu packen. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video an. So, was meinen wir damit? Dein Gesicht auf unseren Kanal packen? Und zwar möchten wir dir die Möglichkeit geben, dass du deine Live Flirt Videos, also wo du draußen im Alltag unterwegs bist und Frauen ansprichst, bei uns auf dem Kanal präsentierst. Das Ganze hat mehrere Vorteile. Zum einen hat es Vorteile für dich. Du bekommst eine Plattform, wo du dich selbst promoten kannst, wo du anderen zeigen kannst, was du drauf hast. Zudem bekommst du, und YouTube ist wirklich knallhart, du bekommst ehrliches Feedback. Unten in den Kommentaren bekommst du eins zu eins. Die Leute verschweigen nichts. Das heißt, du bekommst richtig gutes Feedback, anhand dessen du dich weiterentwickeln kannst. Außerdem ist es noch ein riesen Vorteil für die Leute, die hier auf dem Kanal sind. Das heißt, durch deine Infilt, durch deine Live Flirt Videos kannst du anderen die Möglichkeit geben, selbst zu lernen, sich selbst weiterzuentwickeln, zu wachsen und auch den Erfolg mit Frauen zu haben, den sie sich wünschen. Erstmal hört sich das für dich interessant an. Wenn ja, Daumen nach oben und dann hör jetzt noch genau zu, denn jetzt erkläre ich dir, wie das Ganze abläuft. Als erstes brauchen wir von dir eine kleine Probeaufnahme. Das bedeutet, das reicht, wenn du einfach mit deinem Handy dich filmen lässt von einem Freund. Und, ganz wichtig aber, der Ton muss dabei sein. Den Ton kannst du auch separat aufnehmen mit einem Tonbandgerät und das nachher zusammenschneiden. Und du kannst uns das senden. Das bedeutet, von der Qualität her muss es nicht im HD-Format oder sonst etwas sein. Wir müssen nur sehen, wie du eine Frau ansprichst und wir müssen einfach sehen, wie gut du bei dieser Sache bist. Und wenn das auf dem Video rüberkommt, dann erreicht es uns das schon. Wenn wir uns entscheiden, deine Videos zu nehmen oder dich auf unserem Kanal zu präsentieren, dann werden wir dir nochmal extra die Möglichkeit geben, mit unserem professionellen Equipment, das wir haben, richtig gute Aufnahmen zu machen. So, wenn du Interesse hast, dann musst du jetzt Folgendes tun. Und zwar schreib uns eine E-Mail an info at flirtprofis.de mit dem Betreff live flirt. Ganz wichtig, info at flirtprofis.de betreff live flirt. Die Infos findest du, by the way, auch nochmal unten in der Videobeschreibung, also in der Infobox. Dann brauchen wir noch eine kleine Beschreibung von dir, nämlich wie alt bist du, wie lange machst du das Ganze schon und warum möchtest du dein Gesicht bei uns auf dem Kanal präsentieren. Das alles packst du in diese E-Mail herein und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf deine Zusendungen. Und du wirst dann innerhalb von kurzer Zeit von uns Bescheid bekommen. Ach ja, noch ein kleiner Hinweis. Das Ganze, also dein Video brauchen wir ab heute, also ab dem Veröffentlichtdatum dieses Videos, hast du genau 14 Tage Zeit, um uns ein Video zu senden. Du hast genau 14 Tage Zeit, also innerhalb dieser Zeit brauchen wir dein Video und ich kann nur sagen, ich freue mich auf deine Videos. Bis dahin, mein Name ist Sebi, ciao. Bis dahin, mein Name ist Sebi, ciao.